Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Broforce mit dabei ist der Hunde-Rapper mein lieber Nachbar und wir fangen einfach mit der Kampagne an. Hallo. Du fängst an zu feiern. So, los gehts. Also ich bin rot. Ich bin blau. Das ist einfach so ein Hüpf- und Rennspiel, wo man viele Leute töten muss. Ego-Shooter. Nein, kein Ego-Shooter. Also der Schwertkämpfer ist der... Und man kann bei diesen Dingern safen. Machen wir YOLO? Nein, wir machen ein normales Spiel. Oh, wie langweilig. Und da gibt's so tolle Fässer, die kann man in die Luft jagen. Und dann macht's Boom. Und Boom. Oh fuck. Hast du überhaupt gelernt? Nee, sorry. Ja okay, jetzt ist ja geschnitzelt. Warte auf mich. Nein. Was machst du? Ich spreng alles. Nein. Ich hab mir doch zum Terminator Determinators. Da gibt's viele verschiedene Charaktere. Und das zeigt da an, wie diese toten Männchen mich immer getötet hat. Ich bin Meister Yoda. Oh, oh fuck. Warum hab ich die Spezialattacke an die Welt? Ah ja stimmt, jeder Charakter hat noch eine Spezialattacke. Ich hab keine Ahnung. Also ich bin der hier oben, der ist da oben. Und der andere, der in Black. Bro in Black. Bro in Black. Hol dir das Leben. Oder gar nicht. Ja stimmt, wenn man stirbt, dann kommt man bei diesen Flaggen hier raus. Aber wir sterben ja nicht. Wir sind zu gut, wir haben das Spiel schon so oft durchgezockt. Und also mein Spezialgebiet ist ganz klar fest an die Luft sprengen. Und dabei selber zu sterben. Ach was, ich sterbe nicht. Achso stimmt. Springen gut. Ich hab den Heli gekillt. Ey da waren wir. Da warst du. Echt das war ich? Ja. Oh man. Okay. Jetzt bin ich eine Affe. Yeah Zeitlupe. Ja das ist seine Spezialattacke Zeitlupe jetzt zu machen. Das ist genau mein Lebensmotto. Dum dum. Oh scheiße. So. Meine Schüsse kommen zum Teil zurück. Nein. Boah. Stopp. Da ist noch ein Fass, was noch nicht gesprengt ist. Oh scheiße. Warum? Stirb. Stirb. Stirb leider. Nein. Warum? Was macht der? Meine Figur. Fuck nein. Meine Augen, ich krieg... Boah ist gekiss. Nein. Boah. Nein. Was ist da los? Achtung ich schieße da jetzt so eine Rakete. Ich kann nicht knacken. Hol dir das Safe wieder da unten. Achtung ich schieße da unten. Kann ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Also ich kann mich bewegen aber... So. Ich bin so fast tot. Hol dir das Safe me. Ich bin Michael Jackson. Ja meine Schüsse verfolgen übrigens auch die Gegner. Also ich bin immer noch der Affe. Also ich weiß nicht ob es ein Affe ist aber... Nein das ist so ein komischer... Die Finces sieht aus wie ein Affe. Nein. Da bist du? Ja da bin ich. Da bin ich gestorben. Oh man. Oh man. Oh man. So nächstes Level. Aber das geht. Tunut. Ja. Matrix. Aber eine Sache. Ich würde nicht im Nahkampf besser zerstören. Doch kann ich. Ja. Weil ich der Baba bin. Der Baba. Wie. Ich zerbäm die jetzt halt. Bam Bam. Und hier. Und hier. Und die Schlammer. Au. Was hab ich gesagt? Du stirbst immer wenn du fässert bist. Au. Ich hab eine Granate. Oh man. Bist du dumm. Das sind Luftdinger. Nein. Wie bin ich gestorben? Kein Plan. Aber ich weiß nicht. Das sind keine Luftdinger. Achso nein. Nein. Ähm. Mach deine Spezialattacke und die sterben wir. Ja. Ich sterbe. Oh man. Ich will da eine Granate. Hau auf deine Spezialattacke. Es ist keine Spezialattacke. Aber wenn du deine machst. Ich hab dir eine Granate im Kopf geworfen. Nein. Junge. Achtung. Oh man. Mach deine Spezialattacke da oben. Okay. Das war schlau. Okay. Ja. Sorry. Das war schlau. Ja. Das war schlau. Und wir werden sterben. Ach was. Was bist du eigentlich für einer? Hm. Ich kenne den ja. Ich glaub ich hab so eine Schusswahl. So. So bandisch. Nein. Egal. Achso. Die M&Ms sind alle. Ja. Ähm. Ähm. Wenn ich wüsste wie er heißt. Ja. Also wie dieser Typ heißt in dem Spiel. Ja. Also wie dieser Typ heißt in dem Spiel. Terminator. Der kann nicht zu gut springen kann. Der Terminator. Äh. 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 Du bist so... Oh man. Was? Hä? Du hast mich zerquetscht. Ja. Du hast mich zerquetscht. Oh der Typ da unten ist so dumm. Ja. Ich hab die Chicken Power. Meine Spezialattacke ist Hühnchen zu werfen. Also jetzt. Ich weiß gar nicht. Hol dir den Charakter. Ich will meinen behalten. Aber dann will ich erstmal demonstrieren wie man Hühnchen wird. Und nochmal. Und dann ist Boom. Oh fuck. Geh mal hoch. Ja okay. Geh nochmal. Oh. Ja ich bin eigentlich nicht lebensfühl. Aber warum? Langweilig. Achtung. Oh fuck. Warum? Wow wow. Ich seh nix. Da unten sind Feinde. Geh. Alter ich hab's überlebt. Und jetzt sterb ich wahrscheinlich. Alter. Warte ich mach. Ich komm runter. Ich hab's bei dem Typ überlebt. Wo ich's nicht zu sehen hab. Mein Amo. Ah ja. Nein 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 nein. Alles. Stopp. Alter meine Figuren backen. Alter. Soll ich los. Los mit dir. Möchtest du einen anderen Charakter. Irgendwie legt dein Prinzip ganz hin. Ja jetzt. Gerade eben. Ne jetzt geht's. Ich kann immer springen. Dann kannst du warten. Dann kannst du mich wiederbeleben. Dann kann man seinen Freund wiederbeleben. Also außer. Es ist nicht sein Freund. Dann kann man ihn einfach elendig verrecken lassen. Und ihn nicht wiederbeleben. Und irgendwie. Komm ich nicht hinterher. Also. Jetzt bin ich. Nein. Ich pack's einfach nicht. Kletter hoch. Kletter hoch. Du bist nicht zu gut in Jumpman. Nein. Oh. Wow. Fluss auf. Warte lass mir die Speziale Fähigkeit. Ach doch. Mir bringt sie eigentlich eh nichts. Ich weiß was ich damit machen kann. Aber ich find sie nicht. Ich weiß schon. Aber ich find die nicht so doll. Dass die sich selber kämen. Ach so. Selber kämen ist lustig. Warum schmeißt das doch nicht. Oh man. Das ist lustiger so. Da steht man schon. Ja. Geblitzt Dings. Also man soll sie auch schlau einsetzen. Echt? Oh da kommt noch mehr. Wie kann ich jetzt alle Blitz Dingsen? Fast. Oh 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 oh. Du hast ja geschossen. Ich hab schon Paniken gekriegt. Ah ja. Ich hab dich gerade erst. Noch mehr. Ja. Habe ich noch einmal Blitz Dingsen? Ja. Oh oh oh. Alter. Das war mal. Eine Aktion ey. Oh man. Ich bin da nicht so. Willst du kommen? Ah. Ja. Ah. Ah. Einer ist dran. Einer von den zwei. Oh. Das waren schon ein paar mehr Leute. Ein paar. Ein paar. Rekord war 4 rein. Ja. Aber das war das letzte Level glaube ich. Da wo die ganzen Typen immer rausgeschossen werden aus der Maschine. Ja. Verrat mal war das. Ah du hast Dünnpfiff. Zwei. Jaaaa. Der stinkendübel. Ach du im Poßbuben. Das kann ich nicht. Ach minder zum Wiederbeleben. Ja, warte ich lass mich schmeißen. Hallo. Jetzt braucht man die dummen Typen und jetzt kommen sie. Kommt die Flamon los? Nee. Da drüben ist noch eins, was wir auf dem Versehen haben. Moment. Ich will eine andere Karte. Ja, sorry, ich weiß nicht. Ah ja, Zeitlupe. Junge, da hätte ich ja noch drauf stehen bleiben können, wenn du eh Zeitlupe machst. Ja, in Zeitlupe sterben hat schon was. Ah, 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 stopp, stopp, stopp. Nein, ich wollte mich dranhängen. Ich glaub, ich bin tot. Kannst du mal kurz runtergehen? Ich glaub, ich häng an der Wand irgendwo. Oh. Ja, du wolltest dich doch umbringen lassen. Nein. Denn da muss ich durch den Schuss sterben, nicht? Ja, nein, wirklich. Aber da war ein Typ, der dich hätte umbringen können. Hätt. Ah, warte. Mein Schuss. Ich lad' meinen Schuss auf. Buh. Hach, wiederbelebt. Und da lebt er wieder, da lebt er. Moment. Ja, wollte ich auch grad. Ich hab grad gedacht, du bist gestorben. Ach, was? Ich sterb doch nicht. Nein, warum ist da so ein Scheiß Metall? Achtung, hinten schießt noch mal. Ja, der kommt nicht so gut, der reicht mir nicht. Ach, du lebst sogar noch. Nö. Jetzt bin ich tot. Kannst du mich bitte safen? Sollen wir danach Deathmatch machen? Ja, aber das war auch wieder mit einer anderen Folge, ja. Kannst du mich jetzt wieder erst mal wiederbeleben? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ordentlich wäre hier. Ständiger geht's auch nicht, oder? Die Sonne blendet mich grad hin, übel. Ja, Messer! Oh, fuck. Ich wär fast getraut. Weggemessert. Warum hast du den immer? Ich fühl mich gut. Au! Mich hat's nicht zerquetscht. Nein! Was kann ich? Das hat... Granaten, ne? Mehr nicht. Ich bin einfach... Nein, drüben wir ein Al-Qaida. Ein was? Denn... Al-Qaida. Ein Selbstmordkommando. Haaa! Ein Selbstmordkommando! Das kann ich! Ja. Das ist richtig.